jo hoi und willkommen mein name ist adirol.de und ich bin metal mario master und begrüßt euch zurück zu mario party ja und zwar diesmal mit bedrohlicher musik bausaha hat die sterne hat der hat bank überfallen und uns alle sterne geklaut oder ihn nachdem wir ihm im letzten part besiegt haben also hat wohl er hat wohl noch nicht genug er will dass wir zur war bekommen deswegen gebe zur warbrühe aufs letzte brett ja dieser bau ja den holen wir uns luigi wario so wir haben auch nur noch dieses spielbritze auswahl der ewige stern aber wir können auch nur das machen ja und die gestohlenen sterne zurück die eigentliche aufgabe ist es fügt den zerbrochenen stern wieder zusammen okay machen wir mal und treten ihm endgültig in den arsch ja der stelle ist zerbrochen und voll mit graffiti und eiser ja hallo und herzlich willkommen ich bin koopa und ich werde euch herumführen wir sind auf einem riesigen stern pause hat ihn in zwei hälften zerbrochen und sogar mit graffitis besprüht da lunke das dürfen wir nicht hinnehmen wenn ich baus erwische dann werde ich lange nicht gesehen ich bin baus und zurück aus dem feuer ich komme und dulde keinen groll ich habe all diese hübschen sterne verstreut die ihr gesammelt hat und wenn ihr diesen zerbrochen bestell zusammenfügen wollt versucht ihr besser alle eure sterne wieder zu bekommen um euch vorzubewegen müsst ihr beide war maschinen benutzen es geht nicht anders erkennt ihr die barbreihenfolge und ich habe ein tod ist hier um ein stern zu erhalten halt müsst ihr gegen meinen partner bestehen können ja fürchtet euch kommt zu mir partner ist er nicht furchterregend mein partner baby bowser ok partner den rest überlasse ich dir ich bin der partner des großen bowser baby bowser ich mache euch das leben schwer auf die stadt einfolge das ist die stadt rein folge hier sind noch ein paar münzen viel glück ihr braucht jeder zerschlag wer alle stelle sammelt wird ein linke der sobald aber das ist doch wirklich hahaha dieses spielbrett ist tatsächlich ganz anders die baby bowser werden verteilt jeder dieser sieben bowser besitzt einen stern wenn ihr einen stern haben möchtet müsste je ein baby bowser besiegen es gibt insgesamt sieben sterben felder jetzt mal bis mal ein baby bowser kloppen ja das kann ich voll das kannst du voll ja das war mir klar dass du es sagst es wäre aber wieder alles stehen und liegen lassen damit luigi hier was macht ja ich gar nicht gar nicht so schlecht jetzt mal wieder zu allseits bekannten frage wie geht es dir dann hier heute geht es dir gut mir geht es sehr gut mein halt ist wieder in ordnung ich kann mich nicht beschweren das ist schön wie geht es denn dir ja auch ganz gut dann ist ja gut wenn es uns beiden ja wollte ich doch gar sagen er hatte vorhin schon oma der grüne doch ein bisschen wir wissen wir ja nicht wo wir lang kommen da oben sind nämlich überall war maschinen die halt überall beteilt sind nicht mal da nicht 20 dinger wieder bezahlen ja du brauchst 20 münzen der nächste spiel durch einen gern gewinnen das war das mit dem rahmen und dem panzer muss ich das jetzt gewinnen ich habe es gleich was ausgezeichnet ich habe es auch wenn ich war schneller also gibt es ja nur sieben sterne insgesamt wenn alle sie immer bewusse besiegt wo und werden werden sieben neue verteilt war wenn ich jetzt nur genug münzen hätte ja wenn wir jetzt genug münzen hätte das würde ich sagen das spiel nicht irgendwie programmiert darauf irgendwie nicht machen weil ich mache ich sage dazu gar nichts ich enthalte mich der stimme willst du hingehen was ist das jetzt so ein riesigen unterschied jetzt macht aber ich bin wieder am anfangen schon genug um sich ganz wohl nicht mehr auch angekommen wenn du nicht auf dem fragezeichen feld gelandet wer ist das knallfall ja und z oder auch oder a und b geht auch ich bin aufgeregt genau hier machen muss ja noch einfache schneider machen muss es soll schon so sein dass die pumpe blinken sollte weil dann kommt da ganz ganz viel luft rein ich habe elf sekunden gebraucht um einen ballon zum platzen zu bringen kein Training ok kein Training ok 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 myös ok 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 oh ok ok da komme ich sowieso nicht dran ich darf nicht würfeln gestrandet das heißt du könntest du könntest so in dem spiel bin ich habe nicht so gut drehen wie als ob du eine echte angela auswirft ich tue immer volle pulle auswerfen verstehe nicht warum egal was ich mache ich will mal von pulle auswerfen ich bin einmal angeschnitten ich tue noch einmal kurz anschnitten ich habe auch nur kurz angeschnitten ich kann gar nicht die kürzeren an wie sie mir tut der mann auf volle pulle werfen ja so viel zu meinen sterben jetzt schon 59 minzen weil ich einfach gut bin auch einfach so die tatsache dass die stelle einfach so kaufen kannst du es auch well ist auch erstunken und gelogen musste mich jetzt gegen den den würfeln aber dein würfel hat nur 8 9 10 während baby bausers würfel alle würfel anzeigen kann ja so läuft das und habe ich bitte auch mal zum stern ich bin ganz sicher und dann sind genau vor allem noch nicht nein Oh mein Gott! Kugelkaos Kugelkaos Oh Gott Oh Gott Was? Ah nein Kugelkaos Ich wollte gerade fragen, was machst du denn da? Voll an Ich werd voll durch alle durchgedönt Durchgedönt Ich wollte auf Luigi mit volle Pulle durchgehen, aber dann hab ich niemanden getroffen, bin dann einfach weitergerollt Boah Na gut, passiert halt, ne Ja, kann passieren Während der Die ewige Schlacht zwischen gut und böse weiter Gut hat gewonnen Wie es sich gehört Böse hat man hier Ja 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 Irrgendwie Das wird eher gewürfelt Neu ok ja 91 ich glaube luigi hat gewonnen ja so ganz ganz knapp wenn ich nicht irre kommen man kann ja voll viele sterne auf einmal bekommen ja wenn er genug münzen hat ich habe keine naja das darf nicht wahr sein okay zurück zum start keine 200 dollar ein geht nicht mal los das darf nicht wahr sei jetzt bin ich schon wieder am start geht es da lang ja mit dem spring das hat mir doch vorhin gemacht du denk kurzzeit gedächtnis wieso bricht der boden überhaupt weg der sieht so stabil aus das hat man den architekten immer wieder ins hirn geschissen und wir haben eine münze verpasst ausgezeichnet hey wie kann es sein dass ich schon 90 münzen habe ja wie kann das sein da muss irgend eine dunkle magie hinter stecken allerdings dann gehe ich jetzt nach rechts moment 1 2 3 4 nicht schon wie ich habe ich gedacht du hast du hast schon zweimal was schon zweimal anfang zeichen fällt ausgelöst was willst du denn doch 1 2 3 4 1 2 3 4 5 das machst du dich nicht nein das was du dich ist das dein er hat wenn ich kann stern bekommt bekommt niemand ich will doch nur sterne wieder am start ich will doch nur sterne der hat so jetzt jetzt sehr gut wo ist der vergrabene schatz denn dieses mal ja klar wollte mich auf den armen nehmen aber auch jeder irgendwie dran gekommen ja werdet der damit rechnen können das muss ich nur noch ausgeben wie soll ich es denn machen welche ständig zum stadt zurückgeportet werde ich schaue niemanden an dann ihre nicht im gleichen raum also kannst du mich ganz angucken in seiner logik fehler weiß genau worauf ich dazu dass du schuld bist dass ich immer noch keinen sterne habe so macht das spiel auch spaß dass du mich dass ich die ganze zum start zurückkomme der ist falsch zwar der ich hätte es mit einem anderen gerichtet wer hat den gast in die rülle gezogen ja wahrscheinlich der schleudergang und sich von herkules nein das alles irgendwie in die unterwelt abgetaucht ist nein nicht den schlauter gang merkliche eingebrockt hat sowas macht er einfach so ein zwei drei vier fünf sechs sieben schon wieder auf dem fragezeichenfeld landen irgendwie immer wieder immer wieder freizeichenfelder aus probiert das leben schwer zu machen ja es gibt dass ein pauserzeichen immer nicht da gehst du lieber nicht dem einen da hatte ich lieber fragezeichen die markt diesen grünen endlich das ist tatsächlich möglich er könnte jetzt den neuen würfeln oder die zehn macht aber nicht ja macht das zum glück nicht her mit dem stern danke ich habe ein stern nach keine ahnung wie viele runden habe ich eigentlich ein selbst und viel früher passieren sollen nach der siebten runde der kanon insel also noch relativ ja nein 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 da wird nicht alle so um mann damit bist du derjenige der meistens ab in a luigi ist untergefallen hallo nein 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 oh mein gott dass du dich runtergefallen bist es sagt so aus als ob du runterfallen würdest wir sind ja noch offen ja wir sind noch umfeld ja ja oh oh nein geht das schon wieder wieder einer dieser tage die sterne das macht ja so viel sinn weil haben die beiden nicht ein er kann er kann sich zumindest eine würfel falls es nicht schafft als wir beide die gleichen teil würfeln glaube dann gewinnt baby bause es geht doch so nicht standen das stand nicht so wohl im drehbuch wieso wir denn hier vorankommen du hast spaß hoch 10 kann das sein er hat ja da kann ich gerne wieder so nicht ja gut lassen wir alle stehen und liegen draußen brauchst du ein bisschen kleingeld wir sind kleingold für dich aber nur für dich nein ich schon weder so passiert wenn man da drauf ich sag's dir es ist so wunderschön böse ich muss einfach darauf zu gehen es ist so wunderschön ich muss einfach losgehen es ist so wunderschön auch wenn es so wunderschön ist gehe ich ins licht davon das große krabbeln ich glaube schon ich muss einfach so gehen es ist so wunderschön also war ja sehr komisch aus irgendwie hat der dammola habe ich nicht gesehen und schafft es auch noch kann nicht wahr sein das ist ganz ruhig lange überhaupt überhaupt ein stern ist ich gesagt ich habe auch keine ahnung wo ich lange gehe ich bin so orientierungslos zum glück keine zwei ich hatte einfach nicht mehr ich habe keine ahnung erneut das wilder ausschneiden ok was schneiden wir denn dieses maus ein bomb ok ach so ich bin unten rechts die bio haben wahrscheinlich werden 99 irgendwie sowas ich habe schon verkackt bei mir sieht sehr gut aus ja bei dir ist es auch gut aus ich habe es noch geschafft ich hätte es nicht durchgehen lassen ich habe jetzt im start zurück ok jetzt da wollen wir nicht jetzt ja wo ist er gerade noch dass gerade noch da lang gegangen die ganzen sterne die ganzen sterne sind sie sind irgendwie sind da oben ich hätte dich ausgehalten ich hätte geschrien hätte erneut geschrien wenn er jetzt eine neue oder die zehn gewürfelt hätte aber kein einzigen stern mann ich habe keine ahnung wo ich gleich hinkomme es könnte halt sein dass ich zu bowser kommen spielen wir fahren wir waren die schatz taucher nein doch das stört mein name drauf meine 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 ich meine eine münze wollte wollte mich auf den armen leben jede meile sein können nein es ist meine zehn münzen die letzten zehn runden das heißt heißt der nächste part wird der letzte part zu sein zum ende kommen ja alles gute muss zum ende kommen wir können natürlich auch im letzten part auch noch mal mal das minispiel stadion zeigen können wir ja auch machen ja gut dann sehen wir uns im nächsten part wieder bis dann und ciao